Hi, ich bin Jasmina. Manche kennen mich als Quarton Milf. Ich bin in den letzten Wochen durch die Hölle gegangen. Meine Adresse wurde veröffentlicht und ich habe Morddrohungen erhalten. Ich musste irgendwas tun, um mich und meine Familie zu schützen. Also sind wir schnellstmöglich umgezogen. Das war nicht nur seelisch eine Belastung, sondern auch finanziell. Ich habe das große Glück, dass ich von Leuten Unterstützung erhalte, die mit mir zusammen diese Kampagne starten. Damit ich nicht völlig alleine diesen Kampf führen muss. Den Kampf gegen rechts. Und damit ich nicht alleine die Folgen tragen muss. Nicht alle haben dieses Glück. Ich kenne genug Frauen, die am Ende dastehen, umziehen mussten. Weil sie laut gegen Rassismus aufgestanden sind. Die sich bedroht fühlen oder bedroht werden. Weil sie laut gegen Rassismus aufgestanden sind. Das darf so nicht weitergehen. Deswegen haben wir diese Kampagne gemacht. Und deswegen würde ich dich bitten, unsere Kampagne zu unterstützen. Mich zu unterstützen. Meine Familie zu unterstützen. Und jede Frau, die betroffen ist, zu supporten. Teile gerne die Kampagne. Teile den Link. Mach vielleicht deine eigene Story dazu. Und wenn du kannst, vielleicht magst du was spenden. Wir können diesen Kampf nicht gewinnen, wenn wir nicht gemeinsam kämpfen. Danke.